Augenkrankheiten können genetische Ursachen haben und deshalb auch vererbt werden. Das gilt insbesondere für Netzhauterkrankungen. Die häufigste Form von erblich bedingten Netzhauterkrankungen wird als Retinitis pigmentosa bezeichnet. Ich werde dir in den folgenden Minuten erklären, was Retinitis pigmentosa genau ist. Außerdem wirst du erfahren, warum ein Gentest zur exakten Diagnose der schwersten Form dieser Krankheit wichtig ist und wie er helfen kann, das Erkrankungsrisiko für die eigenen Kinder abzuschätzen. Die Netzhaut ist der Bereich im Inneren des Auges, der die lichtempfindlichen Sehzellen enthält. Erkrankungen der Netzhaut wirken sich daher immer auf das Sehvermögen aus. Eine Folge von Retinitis pigmentosa kann beispielsweise Nachtblindheit sein. Das ist in der Regel auch das erste Anzeichen für die Krankheit. Auch ein stark eingeschränktes Sehfeld, der sogenannte Tunnelblick, kann auf diese Netzhauterkrankung hinweisen. Im weiteren Verlauf der Erkrankung ist ein allmählicher Verlust der Sehfähigkeit möglich, der zu völligen Erblindung führen kann. Insgesamt sind bislang mindestens 150 Gene bekannt, die bei der Entstehung unterschiedlicher Formen der Retinitis pigmentosa eine Rolle spielen können. Weltweit hat etwa einer von 2000 Menschen eine erbliche Netzhauterkrankung. Auf Deutschland übertragen bedeutet das, es sind schätzungsweise ca. 50.000 bis 70.000 Menschen betroffen. 30.000 bis 40.000 davon haben eine Retinitis pigmentosa. Diese erbliche Netzhauterkrankung ist damit in Deutschland eine sehr häufige Ursache, wenn Menschen im arbeitsfähigen Alter erblinden. Es gibt verschiedene Formen der Retinitis pigmentosa und sie können sowohl Frauen als auch Männer betreffen. In schwerwiegenden Fällen treten die ersten Symptome bereits bei Kleinkindern auf. Das ist zum Beispiel bei der sogenannten X-Chromosomalen Retinitis pigmentosa der Fall. Diese Unterform der Erkrankung, die häufig einfach als XLRP bezeichnet wird, ist diejenige mit dem schwersten Verlauf. Dennoch erkranken nicht alle Menschen, die Risikogene für XLRP in sich tragen. Und hier kommen nun Genteste ins Spiel. Denn die Gene für XLRP können mithilfe einer einfachen genetischen Untersuchung nachgewiesen werden. Sinnvoll ist das immer dann, wenn eine Augenärztin oder ein Augenarzt bereits eine Netzhauterkrankung diagnostiziert haben. Die Genuntersuchung ermöglicht eine präzise Diagnose. Nur mit ihrer Hilfe kann man genau sagen, um welche Form von Netzhauterkrankung es sich tatsächlich handelt. Auch aus zwei weiteren Gründen ist der Gentest wichtig. Man kann damit die schwere und das mögliche Fortschreiten der Erkrankung besser abschätzen. Und man kann dank des Gentests auch das Erkrankungsrisiko für andere Familienmitglieder beurteilen. Das Besondere von XLRP, es wird auf dem X-Chromosom vererbt. Männer haben nur ein X-Chromosom, Frauen haben zwei. Das hat zur Folge, dass Männer mit einem Risikogen eigentlich immer erkranken. Frauen mit dem Risikogen haben meist keine oder nur leichte Symptome, denn sie haben ja noch eine gesunde Variante des Gens auf dem anderen X-Chromosom. Als Trägerin des Risikogens können sie das Krankheitsrisiko aber an ihre Kinder weitergeben. Alles, was man für einen Gentest braucht, ist eine Blutprobe, die dann zur Analyse in ein Labor geschickt wird. In der Regel werden die Kosten für eine solche molekular-genetische Untersuchung von den gesetzlichen und privaten Krankenversicherungen übernommen. Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Therapien gibt es für die meisten Unterformen der Retinitis Pigmentosa leider noch nicht. Viele Unternehmen und Institute forschen allerdings an Gentherapien, die diese Erkrankung zumindest aufhalten können. Menschen mit Retinitis Pigmentosa können aber unter Umständen an Studien teilnehmen, die neue Therapien und Behandlungsoptionen untersuchen. Bei der Patientenorganisation ProRetina gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, sich in einen Patientenregister einzutragen, um sich für spätere Studien oder Behandlungen vormerken zu lassen. Auch dafür ist es wichtig zu wissen, welche Form der Netzhauterkrankung genau vorliegt. Vor allem aber hilft ein Gentest bei der Planung der Therapie. Maßnahmen, die das Leben mit der voranschreitenden Erkrankung erträglicher machen, können dadurch frühzeitig eingeleitet werden. Dazu zählen beispielsweise Sehhilfen oder auch Orientierungs- und Mobilitätstrainings, aber auch psychosoziale Hilfsangebote sowie Beratung und Hilfe bei notwendigen beruflichen Anpassungen. Ob ein Gentest auf Retinitis Pigmentosa und konkret XLRP bei dir und oder deiner Familie in Frage kommt, besprichst du am besten in aller Ruhe mit deiner Augenärztin oder deinem Augenarzt. Ein Gentest sollte idealerweise auch immer von einer ausführlichen humangenetischen Fachberatung begleitet werden, vor dem Test und auch danach. Das ist vor allem nach einem positiven Gentest sehr wichtig. In der Beschreibung zu diesem Video haben wir dir außerdem Links zu Infomaterial zusammengestellt.